Paderborn gegen die Stuttgarter Kickers. Wir sind gespannt, was wir hier sehen werden. Viele Tore oder eher nicht. Und die erste Situation. Oh, da setzen die Stuttgarter Kickers sich aber ganz schön ein eigenes Nest. Paderborn schnappt sich den Ball und schießt ihn rein. Da sage ich mal danke für dieses Tor. Das war vermeidbar. Motorvision weitermachen. Wir sehen hier über den Abschluss. Torhüter Hände hochnehmen, da geht es vielleicht. Aber manchmal kann man so schnell nicht reagieren. Paderborn mit dem nächsten Angriff. Die Kickers lassen den Ball auf. Ball wird aber abgefangen und durchgesteckt. Da sind die Kickers nicht auf der Höhe. Aber kriegen die nochmal Flanke. Die Mitte rein, das haben alles frei. Yo, 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 Latte. Mensch, jetzt geht er. Die Flanke war super. Der Mann war aber auch ganz schön frei. Paderborn wieder über die linke Seite. Sehen wir die nächste Flanke. Die nächste Flanke kommt aber rein. Diesmal steht er komplett frei. Kann ihn sogar mit Fuß annehmen. Muss gar nicht in den Kopf hin. 2 zu 0 in der 22. Minute. Sehen wir hier noch viele Szenen. Erstmal zum Tee trinken. Und ja, das war's. Mehr gibt's nicht. Mehr Highlights gibt es nicht. Glückwunsch zu den drei Punkten. Kickers leider nicht.